Vor zwei Monaten gab es ein Gerücht, dass Prinzessin Beatrice ihr zweites Kind erwartet, aufgrund von Unregelmäßigkeiten, die Fins in ihrer Kleidung bemerkt haben. Gestern sprachen Beatrice und ihr Ehemann offiziell über ihre Pläne, das nächste Kind zu bekommen. Die internationalen Nachrichten berichteten, dass die Königsfamilie auf Nachwuchs wartet, da gemeldet wurde, dass Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Nero Adoma Pelimotsi ein weiteres Baby planen. Das Paar feierte bereits den zweiten Geburtstag ihrer Tochter Sienna am Dienstag, dem 18. September, und plant bereits Baby Nummer zwei, wie das OK-Magazin berichtete. Beatrice möchte noch ein kleines Kind haben, dann wird sie ihre Familie als vollständig betrachten, verrät eine Quelle dem Magazin. Sie sagte ihren Freunden schon seit geraumer Zeit, dass es der richtige Zeitpunkt ist, um ihre Familie zu erweitern, und plant, es bald zu tun, damit die Kinder alle im ähnlichen Alter sind, erklärten sie. Obwohl Sienna Prinzessin Beatrices einziges Kind ist, ist ihr Ehemann Eduardo auch Vater von Sohn Christopher, auch bekannt als Wolfi, den er mit seiner früheren Partnerin Darach-Wang teilt. Eduardo hat jetzt einen Sohn und eine Tochter und ist sehr glücklich, aber er möchte noch ein weiteres Mal Nachwuchs haben, teilte ein Insider dem Magazin mit. Beatrice betrachtet Wolfi als Teil der Familie und behandelt ihn wie ihr eigenes Kind, aber sie findet es auch wichtig, dass sie und Eduardo noch ein Baby bekommen, bevor es zu spät ist. Sie fügte hinzu, Sienna steht derzeit an 10. Stelle in der Thronfolge, nach ihrer Mutter Beatrice. Abgesehen davon, dass sie zur britischen Königsfamilie gehört, hat Sienna auch anderes Adelsgeschlecht in ihren Adern. Edoardo stammt aus italienischem Adel und wird den Familiensitz der Familie erben, das 18. Jahrhundert Wilhelm Apollimosi Pellis in Norditalien. Also wird Beatrices kommendes zweites Kind auch in die königliche Thronfolge aufgenommen und wird an 11. Stelle stehen. Aber eine Quelle nahe dem Palast hat durchsickern lassen, dass Beatrice und die Kinder in der Thronfolge aufsteigen könnten, wenn Harry und seine Kinder aus der Linie entfernt werden. Die Idee, dass Harry entweder seine Titel verlieren sollte und oder aus der Thronfolge gestrichen werden sollte, wurde seit seinem Verlassen des Vereinigten Königreichs häufig diskutiert und gewinnt immer dann Anfahrt, wenn er in der öffentlichen Meinung weiter sinkt. Hier ist ein Artikel von Januar 2023, die Mehrheit der Briten ist der Meinung, dass Prinz Harry und seine Kinder aus der Thronfolge entfernt werden sollten, wie eine neue Umfrage zeigt. Die exklusive Umfrage für den Express ergab, dass 66% der Befragten der Meinung sind, dass der Herzog von Sussex nicht in der Thronfolge stehen sollte. Der Palast deutete an, dass König Charles und das Parlament auch Treffen abgehalten haben, um Entscheidungen zu diesem Problem zu treffen, insbesondere im Fall, dass Archie von einer Leihmutter geboren wurde. Jetzt wird König Charles gedrängt, in wichtigen Gesprächen mit seinem Sohn Prinz Harry die vernünftige Person zu sein. Seit ihrem Ausscheiden aus der Monarchie haben Harry und Meghan mehrere öffentliche Angriffe gegen die Königsfamilie gestartet. Im Januar wurde die Autobiografie des Herzogs von Sussex, Spare, veröffentlicht und er gab mehrere TV-Interviews, um sein Buch zu bewerben. Harry erklärte, dass Verhandlungen mit seinem Vater, König Charles, und der königlichen Familie privat geführt würden. Es gab jedoch wenig Fortschritte in den Friedensgesprächen im Jahr 2023. Die königliche Kommentatorin Jenny Bond hat den König aufgefordert, strenge Entscheidungen zu treffen, um seinen entfremdeten Sohn vollständig aus der Monarchie zu entfernen.